Ich bin Joel Peschel. Ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Zürich. Und dann mit Vivienne Koch bei einem Schweizer Olympia Duett im Synchron-Schwimmen. Ich bin Vivienne Koch, ich bin 21 Jahre alt. Victorinox hat uns die neue Inox Wien-Uhr gegeben, um zu testen, ob sie etwas mithalten können. Man versucht zusammen perfekt zu sein und man ist nur so gut. Das ist das schwächste Glied. Wenn du besser bist, bringt dir das gar nicht. Wir sind normalerweise immer so, man muss die Beste sein, die Beste sein. Aber jetzt können wir zusammen die Beste sein. Und das ist ein sehr schönes Gefühl, finde ich. Das Gefühl von der Freiheit, sich überall eigentlich zu bewegen. Nicht nur am Boden, zu tanzen, sondern eben in jeder Schicht vom Wasser herum zu fliegen. Das finde ich ein ganz schönes Gefühl. Und darum habe ich das Wasser eigentlich so gerne. Es ist ein ästhetischer Sport. Es muss einfach wirken, obwohl es körperlich wahnsinnig anstrengende Arbeit ist. Die Inox Wien ist eigentlich wie bei uns im Sport, denke ich. Der ganze Kraftteil kommt bei uns von unter Wasser, wie hier eigentlich von unter dem Zifferblatt. Äusserlich erscheint dann das ästhetische Resultat der Arbeit unter Wasser. So wie auch die Inox Wien eine unglaublich eleganz ausstrahlt. Wenn ich sie anschaue, denke ich daran, was Victorinox verkörpert. Nämlich Exzellenz und Perfektion und Qualität natürlich. Und das, was wir erreichen im Sport jeden Tag. Und ich denke, es ist auch eine symbolische Erinnerung, was du willst, wie du arbeiten willst. Und wenn man bereit ist, zum Sonnenweg zu gehen, dann ist man bereit für so einen Traum.